Hi und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal Einfianisch und zu einer weiteren Folge von LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Viel Spass! Graf Doku, Kapitel 6. Vernächtnis des Terrors. Nach einem glorreichen Sieg auf Geonosis wurden Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und Luminara Unduli beauftragt, den Separatisten für Pocle, den Geringeren, zu ergreifen. Die Suche führt mit Luminara tief in die Wüste. Okay, wir haben Cody, Amanda Cody, Anakin, Obi-Wan. Perfekt. Ah, Sandsturm. Sehr egal. Okay. Ja, Bruder. Ja, ja. Habe ich das nicht auch schon mal gespielt? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Einfach am Sandbogen bauen, Digga. Zack, 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 zack. Ja, fliegt ganz schnell dahin. So. Jetzt müssen wir da. Tja. Ja, einfach fast weggewindet wird, Tja. Und tschüss. Wiederschauen und eingehauen. So, let's go. Ich musste kurz, ich weiß nicht, wunderbar hier gerade ein Cut, weil ich musste kurz was umstecken. Äh, ja. So. Jetzt. Was müssen wir hier machen? So. Jetzt. Wo sind meine Soldaten? Epipura. So. Wir können doch hier zielen. Ich weiß auch nicht. Ähm. 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 Jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Ich denke. Natürlich irgendwie hier nach oben. Ja den hier machen wir mal.안� Oh. Nein, den hier. So, jetzt, dann bauen wir den hier, bauen wir da hin, und den, da bauen wir, ah, nein, mit dem Scheiss, ah, come on, dann bauen wir halt eh noch eins höher, ach, meine Fresse, so, jetzt, jetzt muss da ein Klon rauf, oder was, ach, lädt mich doch am Zückel, jetzt muss da noch ein Klon rauf, der muss, normaler Klon ist vielleicht, okay, komm, ich möchte, ja, ich bin wie Anakin, Skywalker, ah, ah, perfekt, also, tap that up, okay, und jetzt, muss man das, hä, und das muss man nicht bauen, sind wir hier noch irgendwo anders, ah, hier müssen wir auch noch irgendwie hoch, ah, okay, gut, hipipura, wo sind meine Soldaten, kommt zu mir, da, drauf schießen, ja, bam, 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 so, ah, ihr seid solche NPCs, diga, ah, du Nuttensohn, du musst nicht deinen Maid treffen, so, so, jetzt schießen wir nach oben, bam, 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 das nennen wir hier den Jedi, so, ich bin wirklich bekannt, aber, ich hab keine Ahnung, okay, so, das bauen wir auch mal hin, oh, ja, von hier, ja, 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 genau so, genau so, so, jetzt nach vorne, und bam, und dann müssen wir hier, nehme ich an, okay, das geht schon automatisch da nach vorne, alles, was wir brauchen, zap, 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 so, gehen wir mal nach vorne, holen wir die mal alle mit, können sie dann, dass wir da irgendeinen Schatz kriegen, oder so, so, mit Medikit, so, nach weiter vorne, zap, 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 und, für die Druiden, da haben wir eh mal was bereit, so, gut, oh mein Gott, wir haben kein R2D2 dabei, dann müssen wir halt hier durch, so, okay, jetzt gehen wir hier mal weiter, bam, nein, wir haben die Scheisse hier auf, gut, Töger, was für Jumpscares, Töger, aber ganz ekelhafte Jumpscares, so, jetzt, ich hoffe, ihr habt keine Soundprobleme, ich habe ein paar Soundprobleme, das ist eigentlich voll einfach, bam, 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 und bam, und zap, 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 nach unten, okay, so, so, zap, zap, so, okay, sind alle tot, ich will den Captain spielen, wenn schon, denn schon, oder den Commander besser gesagt, das Game ist irgendwie voll laut, ich habe schon die leichte Stufe auf dem Headset an, das Game ist trotzdem laut wie nix, das hat ein Astro vielleicht deswegen, aber, da ist jetzt die Königin, stimmt, so eine Frechheit, ich will das mal einstürzen, ich will das mal einstürzen, ich will das mal einstürzen, kannst du das mal einstürzen, ähm, kann man das nicht, okay, komisch, kann man das nicht irgendwie, äh, Kann man auch nicht abschießen, okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Ah, jetzt. Hat die die geschossen, oder? Ah, ja. Oh. Digga, leck mich doch am Arsch. Ich komm doch da hoch. Frechheit. So, schnell, engstau. Ah. Bam. Bam. Okay. Okay. Und jetzt? Mein Gott, diga. Hä? Ich bin gerade voll verwirrt. Ich bin gerade voll verwirrt. So, Offensivschlag, auch nicht, auch nicht. Also, ich verstehe gerade gar nichts mehr, Digga. Ah, jetzt, ah. So, es war vorher nicht frei. Ah, ah. Hey! Le... Leck mich am Arsch! Hey! 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 Leck mich am Arsch! Hey! Leck mich am Arsch! Hey! Hey! Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Hey! 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 wegrennen einfach den münzen hinterher so, zapsaraf so, ist er schon draussen so, egal und Gizitowski okay, es kommt noch was ah, ins Gefängnis, okay Doku ach Digger so, und dann würde ich euch sagen, ich hoffe, dass ihr mich sehr, 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 sehr wirklich dick freuen und tschau euer einfach Janosch tschau tschau so, schau duch 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 Vielen Dank.